Ein absolutes Fixum der regionalen Winterhighlights ist das Saisonfinale in Haus. Dieses Jahr sorgten die Sportfreunde Stiller für Furore und heizten dem Publikum so richtig ein. Als Vorband sorgte James Cottrell für die passende Stimmung. Im Vorfeld unterstützt von einem grandiosen Big Air Event mit einem spannenden Finale. Mündend in spitzen Stimmung mit den unvergleichlichen Hits der absoluten Superstars aus Deutschland. Ja gut, aber ich habe meinen zweiten Dreck leider nicht so schön gestanden und das ist nicht so gut gegangen. Aber ich habe Spaß gehabt. Noch einmal einen riesen Applaus für die Hausmeister 2013 Ski Freestyle. Ja hallo, wir sind die Crew von Lecky. Das ist der Mäcky, das ist der Simon, ich bin der Christoph und wir sind da hinaus beim Event und es gefällt uns ziemlich gut. Es ist schon ein bisschen saukalt für März, aber es passt ziemlich gut. Und ja, tolle Event. Und ja, tolle Event. Ich hab keine Ahnung, ich fahre um die Pferde, wenn ich in der Miss-Une in der Miss-Jere. Ich hab keine Ahnung, ich hab eine Ex- Beautiful 게er Samuel, im zweiten Schrittilla is tap. Wie geht es? Es ist so geil, dein manners! Musikhören, ein gut aus! Andrea ist ein guter Paar! Ja, voll geil! Hallo! 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 Supergeil! Wer spielt heute? Sportfreunde Stiller. Kennst du dich, oder? Ja, freilich. Muss man kennen. Was für eine Lieder haben die? Scheiße! Ja, super! Viel Leute da, eine Wahnsinnsstimmung, viel letztlich. Gute Sache! Sportfreunde Stiller-Fans, oder? Ja, natürlich! Wie gefällt es euch? Ausgezeichnet! Ja, bestens! Ein Heimatbild! 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 Und nun am Tag noch ganz.